Elba ist eine Insel im Mittelmeer und gehört zum toskanischen Archipel der Region Toskana in Italien. Sie ist knapp 10 Kilometer vom italienischen Festland entfernt. Heute leben im Winter auf der Insel etwa 32.000 Personen in acht Gemeinden. Porto Faio, Campo Nellelba, Capoliveri, Magiana, Magiana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina und Rio Nellelba. Geografie Elba ist bei einer Küstenlänge von 147 Kilometer und einer Oberfläche von 224 Quadratkilometer die drittgrößte Insel Italiens. Die maximale Länge der Insel in Ost-West-Richtung beträgt ca. 27 Kilometer, während die maximale Entfernung zwischen Nord- und Südküste ca. 18 Kilometer beträgt. Ihr höchster Punkt ist mit 1019 Meter der Monte Capen. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 15,7 Grad Celsius. Geschichte Das älteste mit Namen bekannte Volk, das auf der Insel Elba lebte, waren die Elvaten, ein Stamm ligorischer Herkunft. Ab etwa 750 v. chr stand Elba unter zunehmendem Einfluss der Etrusker, die an den umfangreichen Eisennetzvorkommen interessiert waren und mit deren Abbau begannen. Um 453 v. chr besetzten vorübergehend Griechen von Syrakos Elba, sie nannten die Insel Adelie. 246 v. chr eroberten die Römer die Insel, die nun während rund 800 Jahren zum Römischen Reich bzw. dessen Nachfolgereichen gehörte. Die Römer nannten Elba Elva. Die politische Zugehörigkeit Elbas im Frühmittelalter ist unklar. Zwar gelangten Langobaden Ende des 6. Jahrhunderts auf die Insel, es ist jedoch fraglich, ob diese auch organisatorisch in das Langobadenreich eingegliedert wurde. Fraglich ist daher auch, ob Elba Gegenstand der Promissio Carisiaca war. Auf deren Grundlage Karl der Große dem Papst im Zeitraum von 774 bis 787 bestimmte Teile des 774 eroberten Langobadenreichs übertrug. Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass die Inselbevölkerung bei der Verteidigung gegen die ab Anfang des 9. Jahrhunderts einsetzenden Angriffe durch Sarazenen anfänglich wohl, weitgehend auf sich selbst gestellt war. 1015 beauftragte der Papst die aufstrebende Simacht Pisa Elba vor den Angriffen der Sarazenen zu schützen. Die Pisaner errichteten in der Folge viele noch heute vorhandene Befestigungsanlagen und Wachtürme, zudem erbauten sie verschiedene Kirchen im Stil. Der Pisaner Romanik. Im 13. Jahrhundert wurde Elba wiederholt von Genua angegriffen, der größten Rivalen Pisas. 1399 verkaufte der damalige Herrscher Pisas Giado Appiano den Pisanischen Staat an den Herzog Mailands Gian Gallia so Visconti. Hielt dabei aber Piombino, die Insel Elba und andere, kleinere Gebiete für sich zurück. In Piombino errichtete er daraufhin eine eigenständige Signorie. Dieser wurde 1442 im Einvernehmen mit Siena die Insel Elba zugeordnet, sodass diese in der Folge zur Signorie Piombino gehörte. 1593 wurde Piombino zum Fürstentum erhoben. Das 1635 nach dem Aussterben der Appiano Erbweise an die Ludovisi und später durch Heirat an die Buon Campagna gelangte. Einen besonderen Weg gingen Porto Faio, das ab 1548 zum Großherzogtum Toskana gehörte, sowie Porto Longone, das 1596 von Philipp III von Spanien eingenommen wurde und danach zum State-to-die-Presidi gehörte. Die Insel Elba war im Zusammenhang mit den Revolutionskriegen vorübergehend von Großbritannien besetzt und wurde 1802 im Frieden von Amins Frankreich zugesprochen. Im Vertrag von Fontainebleau vom 11. April 1814 wurde die Insel als souveränes Fürstentum Napoleon übertragen, der am selben Tag als Kaiser der Franzosen abdankte. Napoleon landete auf Elba am 4. Mai 1814 und nahm hier als Herrscher über rund 10.000 Einwohner umfangreiche Reformen in Angriff. Bereits am 26. Februar 1815 floh er aber wieder von seinem Exil auf der Insel Elba und kehrte nach Frankreich zurück. Im Wiener Kongress wurde Elba dem Herzogtum Toskana zugeschlagen und gelangte mit diesem 1860 an das Vereinte Königreich Italien. Im Zweiten Weltkrieg besetzte die deutsche Wehrmacht Elba. Nachdem sich die königlich-italienischen Truppen auf der Insel nach einem Bombenangriff am 16. September 1943 ergeben hatten. Im Rahmen des Italien-Feldzugs führte die erste französische Armee mit britischer Unterstützung am 16. und 17. Juni 1944 unter dem Codenamen Operation. Brassa sah die Invasion von Elba aus und befreite die Insel. Ab den 1960er Jahren begann sich auf Elba der Tourismus zu entwickeln, während 1982 der Eisenerzabbau beendet wurde. 1996 wurde der Nationalpark Toskanischer Archipel gegründet, der auch Teile Elbas umfasst. Der Park dient der Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung von Meeres- und Landgebieten des Toskanischen Archipels. Verkehr Elba ist mit der Autofähre von Piombino aus zu erreichen. Es bestehen von dort aus Fährverbindungen zu den Häfen Porto Faio, Queivo und Rio Marina. Eine schnelle Fähre benötigt von Piombino nach Porto Faio etwa 30 Minuten. In der Gemeinde Camponelleba befindet sich der Flugplatz Marina di Campo. Ein 16-Kilowatt-Sender versorgt die Insel mit dem Programm Franz Pleur-CFM. Sehenswürdigkeiten Zu den Sehenswürdigkeiten auf Elba gehört Napoleons Wohnsitz, die Villa San Martino.